Am Anfang ist man in Skull & Bones regelrecht überfordert. Es gibt extrem viele Aktivitäten, Schiffs-Upgrades und vieles mehr. Damit du perfekt ins Spiel rein startest, habe ich hier für dich den ultimativen Anfänger-Guide. Dranbleiben lohnt sich. Servus Freibeuter, willkommen zum allerersten Video zu Skull & Bones. In den letzten Tagen habe ich schon ordentlich reingezockt während der Beta und möchte euch heute hier den Grund-Guide geben für Spiel. Wenn ihr noch nicht richtig drin seid, noch ein paar Sachen noch nicht kennt, rumrätselt, dann seid ihr hier auf jeden Fall goldrichtig. Hier erkläre ich das Ganze, dass ihr einfach perfekt rein starten könnt. Natürlich sind auch ein paar nützliche Tipps mit dabei, was sich eben lohnt gerade am Anfang auch zu machen. Welche Aktivität, ein paar Tipps auch zum Schiff. Auch morgen wird ein separates Video rauskommen, wie man früh ein sehr gutes Schiff mit richtig geilen Kanonen bekommt, um eben die See aufzuräumen. Wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne mit einem Abo dabei bleiben und lasst auch gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video informiert. Ich beginne mit der Basis wirklich von ganz von vorne, denn hier gibt es sehr viele Icons, wie ihr schon sehen könnt. Kann am Anfang etwas überfordert sein. Es gibt sehr viele Quests, Händler, Herstellungen und da nehme ich euch einmal ganz kurz mit. Falls ihr euch mit der Basis schon auskennt, könnt ihr gerne weiterspulen. Zeitstempel sind mit drinnen. Nach circa anderthalb Stunden kommt ihr hier zu dieser Basis zum Hub und da könnt ihr eben alles machen, um eben ja mit dem Piratenrang voranzukommen, dass ihr eben euer Schiff verbessert, dass ihr dann eben immer höhere Gegner besiegen könnt, im Spiel voranschreitet. Die Hauptstory ist hier zum Beispiel auch zu finden. Ich beginne jetzt hier im oberen Bereich und zwar ist hier die Herstellung für die Schiffe, aber eben auch für die ganzen Kanonen, für die Schiffsverbesserung. Und das ist natürlich ein extrem wichtiger Bereich und ich gehe jetzt hier auch zum Schmied. Die erste Anlaufstelle wird euch im Spiel auch ein bisschen erklärt. Gibt gute Quests, die ihr am Anfang dort machen könnt, um reinzukommen, aber ganz wichtig ist oben, neue Gegenstände herstellen. Und zwar findet ihr hier verschiedene Waffenarten. Ihr könnt oben durchschalten zwischen den ersten vier Reiter und es sind eben unterschiedliche Kanonen, die ihr auf euer Schiff anbringen könnt. Nicht jedes Schiff kann am Anfang jede Waffe aufnehmen, gerade hier zum Beispiel die Hilfswaffen, die gehen nur auf etwas größeren Schiffen später. Wundert euch da nicht. Ihr seht, bei manchen sind welche auch bei mir noch verschlossen. Ihr braucht teilweise einen gewissen Rang im Spiel, dass ihr eben diese Waffe benutzen dürft. Und selbst wenn sie frei ist, die Waffe, dann müsst ihr auch noch den Bauplan kaufen oder zum Beispiel auch über eine Quest bekommen. Und wie das geht, wird euch auch immer sehr schön auf der rechten Seite angezeigt. Fehlender Bauplan steht hier. Und wenn ich eben die Viereckstaste reindrücke, das seht ihr ganz unten rechts, Bauplan verfolgen, dann wird dieser Bauplan mir rechts angehängt. Ich würde sagen als Mission. Und dann kann ich auf die Karte gehen und nämlich schauen, wo sich dieser Bauplan befindet. Und hier wird er angezeigt, bedeutet ich muss hier zum Heiligen Baum, zu einem Händler und dort kann ich den Bauplan einkaufen. Wenn ihr den eingekauft habt, dann könnt ihr zurück zum Schmied und eben dann die besagte Waffe herstellen. Wenn ihr den Bauplan schon besitzt, dann könnt ihr auch eben nochmal separat die Materialien verfolgen, wenn ihr die gleiche, also wenn ihr auch wieder die gleiche Taste drückt, Bauplan verfolgen. Seht ihr bei mir zum Beispiel, die Waffe habe ich schon und ich brauche eben hier eine Akazienplanke, Silber zum Beispiel und auch eine Barrenart, um eben diese Waffe herstellen zu können. Und das ist dann eben auch rechts angehängt, kann man eben mit der R2-Taste aktivieren, deaktivieren und so, wenn man dann eben was farmen muss, kann man ebenfalls auf die Karte gehen. Super nützlich und sieht eben, aha, okay, ich muss zum Beispiel hier hin oder dorthin, um eben an diese Materialien ranzukommen. Zu den Handelsrouten kommen wir auch gleich nochmal separat. Welche Waffenart ihr natürlich auf Schiff drauf macht, ist euch selbst überlassen. Ich würde jede Waffenart einmal herstellen, auf Schiff drauf machen, damit schießen, in Fight reingehen und schauen, ob sie euch eben gefällt oder nicht. Morgen kommt ja auch noch mein Schiffsbild raus, den ich am Anfang gespielt habe, der wirklich extrem geil ist. Es gibt auch noch bei den Waffenarten unterschiedliche Seltenheitsstufen. Natürlich unterscheiden sich die Waffen auch so eben, da könnt ihr gerne hier reinschauen. Ich werde später eventuell noch einen separaten Kanonenguide machen, was das Ganze mit Durchschlagen einen Unterschied zum Beispiel macht oder Segel zerreißen. Da brauche ich aber auch separat nochmal ein bisschen mehr Spielzeit. Wichtig auch gerade am Anfang, wenn ihr wirklich ganz am Anfang seid, schaut einfach auf den Schaden, nicht unbedingt gleich auf Blünderer, Durchschlagen und so weiter. Da kann man auf jeden Fall später was bauen, aber da sollte man auch das richtige Schiff benutzen und auch noch andere Sachen, das zeige ich euch gleich. Am Anfang lohnt es sich auf jeden Fall auf den Schaden zu schauen. Spielt mit der Kanone, die euch eben gefällt. Und später geht es dann eben an den Bildbau so ein bisschen und dann guckt man auch auf die Vorteile. Dann, was auch ganz wichtig ist, das ist ultra wichtig, das ist die Panzerung. Ihr kriegt da sehr gute Punkte, dass euer Schiff auch aufwertet. Man kann mit dem Schiff auch eine Stufe erreichen, das zeige ich euch gleich. Aber hier bekommt ihr eben Panzerung und ja, da schraubt das Schiff massiv nach oben. Ihr bekommt dann weniger Schaden ab, überlebt länger und schaut einfach, dass ihr euch auch eine gute Panzerung herstellt. Zu guter Letzt könnt ihr hier eben auch noch dann Munitionskugeln herstellen. Man kann sie aber auch kaufen, aber wenn man natürlich die Ressourcen hat, ist man natürlich hier günstiger dran, denn man verbraucht kein Silber. Weiter geht es jetzt auf der anderen Seite. Beim Schmied sind wir durch und zwar beim Schiffsbauer. Hier könnt ihr mit der Zeit immer stärkere andere Schiffe herstellen. Ich habe jetzt hier schon ein paar mehr frei, weil ich auch die Beta gespielt habe. Am Anfang habt ihr eben nur ein Schiff. Beim Schiff ist auch dasselbe. Ihr müsst erst den Bauplan finden, könnt ihr eben verfolgen. Wie zum Beispiel hier, das zweite Schiff habe ich den Bauplan nicht. Ich gehe wieder auf Bauplan drauf und verfolgen. Ich kann eben auf die Map gucken und muss schauen, wo ich eben diesen Bauplan herbekomme und kann ihn eben hier auch wieder kaufen, zufälligerweise auch beim Heiligen Baum. Und wenn ihr dann das Schiff besitzt, also eher gesagt den Bauplan, dann könnt ihr natürlich auch wieder Bauplan verfolgen klicken. Seht oben rechts, welche Materialien ihr benötigt. Und die Handelsrouten werden euch dann eben auch wieder angezeigt, wie vorher bei der Schmiede auch, wo ihr dann eben die Materialien herbekommt, damit ihr eben das Schiff herstellen könnt. So, weiter geht es dann mit den verschiedenen Schiffsarten. Es gibt zum Beispiel eben Angreifer, die machen eben sehr guten Schaden, haben nochmal Boni für Schaden machen. Aber es gibt zum Beispiel eben auch andere Schiffe. Unterstützer zum Beispiel sind ein bisschen defensiver unterwegs. Und man sieht es auch unten in den Stats, dass zum Beispiel der Rumpfzustand hier deutlich stärker ist, als eben beim anderen Schiff nochmal 8000 Punkte mehr. Schaut gerne in die ganzen Boni-Werte hier unten rein, ob es zu euch eben passt. Es gibt zum Beispiel auch ein Unterstützer-Schiff, wie ihr hier zum Beispiel sehen könnt. Das lohnt sich, würde ich sagen, am Anfang nicht so. Ich würde am Anfang auf jeden Fall in Damage reingehen. Wenn ihr alleine spielt, seid ihr vielleicht im Trupp mit drei Leuten, dann kann natürlich auch einer zum Beispiel am Anfang Unterstützer spielen. Aber ich denke, Unterstützer ist erst richtig nützlich, wenn man im Endgame irgendwo unterwegs ist, die Gegner deutlich stärker sind und man eben jemanden braucht, der seine Teammates heilt, dass sie eben Schaden machen können. Schaut einfach die Schiffe an und stellt sie mit der Zeit her, die ihr eben haben möchtet. Wichtig, ihr müsst immer den Bauplan eben davor auf der Karte eben suchen, indem ihr es euch markiert. Sehr nützlich ist auch die Veredelung, gibt es direkt neben dran. Das kann euch sehr viel Zeit sparen, denn wenn ihr im Spiel Schiffe zum Beispiel zerstört, den Loot nehmt oder zum Beispiel auch Lager plündert, dann kann es sein, ihr bekommt unter Materialien und bei der Veredelung könnt ihr die bessere Variante herstellen. Deswegen nicht gleich farmen gehen, wenn ihr etwas braucht, sondern schaut mal bei der Veredelung, ob ihr da auch schon den Gegenstand eventuell herstellen könnt, um dann die Kanone herzustellen oder zum Beispiel auch das Schiff. Wenn ihr was herstellen könnt, dann ist eben das Hammer-Symbol, das Gelbe dabei und dann könnt ihr jetzt eben hier zum Beispiel aus den Raseneisen, kann man dann eben Gusseisenbarren herstellen und ihr klickt dann einfach drauf, wie viel ihr haben möchtet. Zack, Abfahrt, das läuft ganz kurz durch. Ihr könnt natürlich auch weggehen, wenn es massenhaft sehr viel ist, was ihr oben ändern möchtet und so habt ihr dann das Übermaterial, das Verbesserte sozusagen. Wo ihr auch unbedingt vorbeischauen solltet, ist jetzt hier auf der anderen Seite der Zimmermann. Denn hier könnt ihr auch Gegenstände herstellen und zwar eine Spitzhacke. Dadurch könnt ihr eben Erze abbauen, wenn ihr mit dem Schiff in die Nähe fahrt oder zum Beispiel auch eine Säge Bäume fällen. Habt ihr vielleicht auch schon am Anfang gemacht, wenn man in den 1,5 Stunden spielt, bevor man in der Basis ankommt. Eine Sichel gibt es ebenfalls, um zum Beispiel Bananen, glaube ich, zu ernten und eben auch Kokosnüsse, auch andere Früchte zum Beispiel. Dann sehr wichtig ist auch das Fernrohr. Ihr könnt weiter in die Ferne schauen und eben früher andere Boote scannen, was sie eben haben. Da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Es gibt auch eine Brechstange, um Fracks aufzubrechen, um nochmal an den Schatz ranzukommen. Man kann auch diesen Jagdsperr verbessern, den man, ja, dieses Boot hat man ja ganz am Anfang verwendet, kann man auch später nochmal für Missionen verwenden und macht den Speer eben ein Tick besser, dass die Gegner oder die Haie etc. schneller tot sind. Ansonsten könnt ihr hier noch separat euer Schiff ausstatten damit mit einer, wie soll ich sagen, mit einer Verbesserung. Und zwar sind da unterschiedliche Boni drauf, am Anfang auch teilweise verschlossen, weil ihr erst einen Rang erreichen müsst. Dann müsst ihr eben hier auch wieder den Bauplan besitzen und könnt euch dann eben hier diese Ausstattung herstellen, wie zum Beispiel, dass der Rangschaden um 25% erhöht ist. Da muss man natürlich auch gucken, was zu seinem Spielstil passt, zu seinen Kanonen in Kombination, was sich einfach lohnt zu spielen. Da gibt es drei unterschiedliche Arten. Von diesen lila Arten kann man immer nur eins pro Schiff benutzen. Ganz wichtig, kann ich euch später aber auch noch zeigen. Und zu guter Letzt kann man hier auch noch verschiedene Reparatursets eben auch kaufen, den Bauplan und dann hier herstellen und sich dann eben auch heilen. Muss man nicht kaufen, nicht finden, sondern kann man bei dem Kollegen eben herstellen. Weiter geht's mit der Kochstelle. Man kann im Spiel auch eben Essen zu sich nehmen, bekommt dann gewisse Buffs Boni, die echt nützlich sind. Und hier könnt ihr dann eben verschiedene Gerichte herstellen. Gerade am Anfang fand ich super nützlich, immer die gegrillte Kokosnuss herzustellen. Kokosnuss am Anfang kriegt man wirklich hinterhergeworfen. Ich stelle die immer hierher und kann mir dann immer einen Ausdauerschub geben. Das kann ich euch gleich auch noch zeigen, wenn wir beim Schiff ankommen. Und so kann ich immer mit der Trimmgeschwindigkeit segeln. Die Ausdauer geht mit diesem Trick nie leer, weil man es auf Cooldown immer wieder essen kann. Eine mega geile Sache. Auf der zweiten Seite gibt es noch ein paar krassere Gerichte, würde ich jetzt sagen, mit anderen Boni und die kann man natürlich auch herstellen. Ich denke, das braucht man aber nicht unbedingt am Anfang. Ich habe es auf jeden Fall nicht benutzt. Gibt natürlich Vorteile, könnt ihr auch gerne von Beginn an herstellen. Lohnt sich meiner Meinung nach aber eher, wenn man dann etwas härtere Fights im Midgame oder auch im Endgame hat. Einen weiteren nützlichen Händler gibt es noch und zwar hier oben den Proviant-Händler. Denn hier könnt ihr zum Beispiel Kanonenkugeln einkaufen, wenn ihr welche benötigt. Oder zum Beispiel auch Reparatur-Kits, falls ihr selber keine herstellen könnt. Ansonsten zum Beispiel jetzt auch bei ihm, geht auch bei den anderen Händlern, könnt ihr natürlich eure, wie soll ich sagen, euren Loot verkaufen, den ihr gesammelt habt, der sich bei euch im Schiff aktuell befindet. Im Lager könnt ihr nicht drauf zugreifen, dann müsst ihr es im Endeffekt rausnehmen ins Schiff. Und dann könnt ihr bei den Händlern eben hier Sachen verkaufen, wenn ihr es einfach gar nicht benötigt. Zum Beispiel alte, schlechtere Kanonen etc. Ansonsten kommen wir jetzt zu einem weiteren wichtigen Punkt. Und zwar einerseits den Briefkasten. Dort solltet ihr immer wieder reingucken. Ihr bekommt hier euch auch euren, wie soll ich sagen, Premium-Bonus, wenn ihr die größere Version habt. Aber hier habe ich zum Beispiel auch immer wieder Schatzkisten rausgeholt. Oder zum Beispiel auch andere nützliche Sachen. Wenn ihr übrigens eine Schatzkiste besitzt, im Inventar oder im Lager, links daneben könnt ihr gleich aufs Lager zugreifen und zwischen eurem Schiff und eben dem Lagerhaus hin und her wechseln. Ihr solltet immer schauen. Unten links seht ihr, wie viel im Schiff gelagert werden kann. Ihr solltet wirklich das Schiff immer leeren, um eben dann auf eurer Kaper-Tour maximal vollladen zu können und nicht zwischendrin volllauft. Ansonsten seid ihr überladen und sehr langsam. Das ist wirklich super ätzend. Deswegen immer rüberschaufeln. Und ihr findet eben hin und wieder manchmal im Inventar oder im Lager diese Schatztruhen. Und die solltet ihr wirklich unbedingt öffnen. Dann gibt es nochmal Materialien. Oder ich bin glaube ich auch an die Baupläne so rangekommen, von den verschiedenen Werkzeugen, wie zum Beispiel die Sichel oder zum Beispiel, ähm, was gab es noch, ähm, die Spitzhacke. Deswegen hier immer schön die Truhen öffnen und die Sachen rausholen. Außer der Hauptstory könnt ihr hier auch noch andere Quests annehmen. Die Hauptstory findet ihr immer oben rechts bei Schurlock. Die geht dann immer weiter. Es gibt einmal auf der rechten Seite das Kopfgeldbrett. Und das ist wirklich interessant, denn hier sind ein paar stärkere Gegner zu finden mit der Zeit. Man bekommt einerseits Ruhm. Ruhm braucht man, um im Rang aufzusteigen. Desto höher man im Rang ist, umso ja mehr Sachen kann man ja wie gesagt herstellen. Dann ist das Schloss immer weg. Man bekommt hier zum Beispiel auch sehr geilen Loot, wie zum Beispiel 7000 Silber, was wirklich ordentlich ist. Die Gegner sind aber ein bisschen schwieriger. Anführungszeichen Elite-Gegner sind auch noch mal vom Lebensbalken außenrum etwas massiver. Und die Gegner dauern eben länger zu besiegen. Lohnt sich aber wirklich abzuschließen. Auf der anderen Seite, beim Auftragsbrett bin ich noch nicht so warm geworden. Hier gibt es auch ein bisschen Ruhm. Und man kann hier auch Geld farmen, meiner Meinung nach. Man sieht, da ist schon ordentlich Geld mit dabei. Aber teilweise, wo ich jetzt Sachen hatte, haben die Quests ultra lang gedauert. Und wenn ich Geld farmen wollte, habe ich lieber irgendwelche Sachen geplündert, weil ich gleichzeitig da auch noch Materialien bekomme, als jetzt hier zum Beispiel nur Geld. Ich werde das aber noch gegenprüfen, was sich am meisten lohnt, um eben schnell an Silber ranzukommen. Das letzte, was ich noch ansprechen möchte, ist das Ruder. Das ist rechts hier auf der Seite. Dort kann man mit der Zeit beitreten. Das dauert ein bisschen. Und hier kann man auch noch mal Aufträge annehmen, sein Imperium so ein bisschen aufbauen. Das werde ich aber dann in einem separaten Video auch noch mal im Detail erklären, denn das Ding ist schon etwas größer. An der Stelle komme ich zum nächsten Thema, das wirklich wichtig ist, aber kurz erklärt. Und zwar, wenn ihr einfach ins Menü geht, auf die dritte Seite beim Captain, dann seht ihr eben euren aktuellen Rang. Ich bin mittlerweile schon Brigadier. Man fängt ganz unten an. Desto höher man kommt, umso mehr wird freigeschalten. Und irgendwann ist man Piratenfürst. Ich habe mal bis 200 nach oben gedrückt. Das ist wirklich krank, wie weit das Ganze geht. Ja, könnt mal gerne selber weiterdrücken. Vielleicht gibt es irgendwann den Max-Rang oder es geht unendlich. Schreibt es gerne in die Kommentare rein. Unten seht ihr auch noch den Rang eures Schiffes. Kommen wir gleich dazu. Und hier unten werden auch noch mal eure Werte vom Schiff zusammengefasst. Kann ganz nützlich sein. Das nächste Thema betrifft das Schiff. Die ganzen Verbesserungen, Ausrüstungen. Ihr könnt einerseits zum Schiff immer rüberlaufen oder angenehmer, ihr haltet die Kreistaste gedrückt. Dann kommt ihr ins Schiffmenü rein. Und wir gehen als allererst auf den Punkt Schiff verwalten. Ganz unten könnt ihr das Schiff auch wechseln, falls ihr mehrere Schiffsarten besitzt. Wie ich zum Beispiel. Die haben immer unterschiedliche Startlevel. Und desto höher das Level ist, umso besser ist in Anführungszeichen auch das Schiff. Denn das skaliert eben unten immer rechts. Desto bessere Kanonen ihr drauf habt, desto stärker Standard das Schiff ist. Umso weiter kommt ihr vom Level nach oben. Ihr könnt eben stärkere Gegner besiegen. Und es ist auch, jetzt habe ich gemerkt, einen riesigen Unterschied, ob man eben jetzt zwei Level unterlevelt ist, das gleiche Level oder zwei Level höher. Also das ist wirklich das A und O, dass ihr wirklich drauf schaut. Nicht nur auf die Stats der Kanonen, sondern auch, dass ihr schön das Level nach oben pusht, um eben einfacher durchs Spiel durchzukommen. Ich beginne oben. Bei den Waffen ist eigentlich relativ selbsterklärend. Ihr könnt immer die Waffen draufschrauben, die ihr eben hergestellt habt. Bei den kleineren Booten könnt ihr weniger Waffen draufmachen. Bei den größeren Booten eben mehr Waffen. Ansonsten sehr wichtig ist die Panzerung. Das sieht man auch nochmal sehr schön hier. Habe ich zum Beispiel keine Panzerung oder eine sehr schlechte Panzerung, seht ihr rot unten rechts, wie viel mir abgezogen wird, wenn ich jetzt die schlechtere Panzerung nehmen würde. Deswegen Panzerung richtig geil. Wenn ihr eine herstellen könnt, dann macht das auf jeden Fall als Tipp. Ansonsten Ausstattung auch sehr wichtig. Hier könnt ihr euch nochmal Bonus-Stats holen. Auch hier geht das Level unten rechts nach oben. Ihr könnt pro Boot immer nur einen lila Gegenstand ausrüsten. Das finde ich ein bisschen schade. Und die restlichen sind dann eben ganz normal grau. Geben euch aber auch verschiedene Boni. Nehmt natürlich die Boni, die zu eurem Schiff, zu euren Waffen passen, dass ihr einen Vorteil habt. Und ansonsten, zu guter Letzt, den Namen muss ich nicht erklären, kann man ändern. Die Schiffsverschönerungen könnt ihr eben durchklicken. Gerade wenn ihr in der Basis seid, könnt ihr sehr viele kaufen. Teilweise aber auch bei Händlern, bei anderen Inseln, bei anderen Außenposten könnt ihr vorbeischauen. Und es gibt oben einmal die komplette Übersicht der Boote. Könnt dann über die Übersicht eben was kaufen. Alles auf einmal, dass es einheitlich aussieht. Oder ihr geht dann eben einzeln durch die einzelnen Bereiche durch. Die Segelfarbe, das Muster, zum Beispiel Embleme. Vorne die Figur. Und könnt dann verschiedene Sets auch miteinander mischen. Es gibt auch verschiedene Währungen im Spiel. Kann ich jetzt hier kurz ansprechen, weil man zieht. Und zwar, erste Währung ist einfach Silber. Bekommt man ganz normal im Spiel. Wird wahrscheinlich später auch einem hinterhergeworfen. Ich habe jetzt selber schon 23.000. Ansonsten gibt es eben hier noch die nächste Währung. Die bekommt man über das Ruder. Das ist diese Organisation, die man im Spiel gründen kann oder beitreten. Und dann gibt es jetzt eben hier noch diese goldene Währung. Und das ist die Währung, die man eben im Echtgeldstore sozusagen oder gegen Echtgeld kaufen kann. Und sich dann auch nochmal separat Sachen im Echtgeldstore einkaufen kann. Wird dann eben hier auch im Spiel mit angezeigt. Eine wichtige Info zum Schiff findet ihr auch nochmal auf der Seite danach. Auf dieser Hauptseite. Und zwar unter meiner Cam. Ich habe sie extra hochgeschoben. Hier werden euch nur die Munitionsarten angezeigt. Die ihr wirklich gerade benötigt. Weil ihr die Waffenart auf dem Schiff montiert habt. Und ihr seht bei mir ist das eine zum Beispiel rot. Die Kanonenkugel, die ganz normale. Da sollte ich nachkaufen, dass ich eben nicht irgendwie auf der See leer laufe. Und nicht mehr schießen kann. Das ist mir ein paar Mal passiert. Super lästig. Wenn dann zum Beispiel drei Sachen leer laufen. Man kann nur noch mit dem Mörser zum Beispiel schießen. Das hatte ich mal. Das war echt übel. Und man sieht auch auf der linken Seite noch die Reparatur-Kits. Ansonsten sehr wichtig ist die Frachtverwaltung. Hier habe ich noch einen sehr nützlichen Tipp für euch. Und zwar schaut, dass ihr nicht immer einzeln drauf klickt. Also wie zum Beispiel jetzt hier übel auf drauf klicken, dass man die ganzen Materialien rüberschiebt. Weil da muss man glaube ich drei, vier Mal drücken, bestätigen, bis es rüber geschoben wird. Nein. Ihr könnt auch ganz easy einfach immer die Viereckstaste markieren drücken. Dann habt ihr so ein Dreieck auf der rechten Seite. Da könnt ihr einmal kurz alles durchwählen. Und auch wieder abwählen. Und dann müsst ihr nur zweimal X drücken. Schwupp. Alles ist rechts im Lager. Geht natürlich auch andersrum. Schaut, dass ihr euer Schiff immer leer haltet. So leer wie möglich. Dass ihr eben ja auf der Kaperfahrt niemals voll lauft. Denn ihr seid dann extrem langsam unterwegs. Wie schon vorher schon erwähnt. Mit vier Knoten. Und das ist super ätzend. Man kommt einfach gar nicht mehr vom Fleck. Das nächste Thema ist die Schnellreise. Ihr könnt nicht von überall hin schnell reisen. Wenn ihr an Land steht, dann könnt ihr zu bestimmten Orten reisen. Ihr müsst sie aber erst freigeschaltet haben. Das geht zum Beispiel jetzt hier bei den Außenposten oder eben dann zur Basis. Wichtig, die Außenposten nicht nur vorbeischippern. Sondern ihr müsst wirklich angelegt haben bei dem Außenposten. Dass ihr später per Schnellreise dort hinreisen könnt. Ihr seht, das ist nicht kostenlos. Sondern kostet ganz rechts im Kleinen 335 Silber. Desto weiter die Schnellreise weg ist, noch als Tipp, umso teurer wird das Ganze. Das ist mir am Anfang auch nicht aufgefallen. Hier zum Beispiel 545 Silber. Mit der Zeit bekommt man eigentlich so viel Geld, dass man immer hin und her reisen kann. Und diese riesige Strecke nicht hinterher oder also reisen muss per Schiff. Das dauert schon wirklich sehr lange. Nun komme ich mit euch zu den ganzen Aktivitäten zum Loot. Das kann ich euch am besten auf der Karte zeigen. Das ist wirklich super wichtig. Interessant, was ich da schon rausgefunden habe. Und zwar, wenn man auf der Karte ganz rauszoomt und über die Karte mal drüber geht, dann sieht man verschiedene Gebiete. Und man sieht eben auch, welche Fraktionen in diesen Gebieten unterwegs sind auf der rechten Seite. Wie hier zum Beispiel das Sehvolk ist hier unterwegs. Abtrünnig zum Beispiel im Piraten. Ein Clan der Pfarrer. Aber wenn ihr zum Beispiel auf der anderen Seite seid, dann seht ihr zum Beispiel hier, was eben dort oben zum Beispiel unterwegs ist. Ein anderes Reich. Und das gibt euch auch schon mal Hinweise, wo man bestimmten Loot herbekommt. Denn wenn man näher ran zoomt, in die Region dann eben unterwegs ist. Sollte man normalerweise sehen. Ich zoome mal nochmal einen Tick näher ran. Und zwar sollte mir das eigentlich hier angezeigt werden. War wahrscheinlich zu weit noch an dieser Zone dran, die ausgegraut ist. Seht ihr hier zum Beispiel, was eben in dieser Region gehandelt wird. Was für Materialien die Schiffe dann eben eventuell haben. Und so könnt ihr schon mal ungefähr eben sehen, okay, wo muss ich hin, um eben meine Kanone herzustellen. Oder eben zum Beispiel auch mein Schiff herstellen zu müssen. Ihr könnt natürlich auch auf die andere Seite gehen. Seht ihr ebenfalls hier angezeigt. Und top gibt es noch die Handelsrouten. Könnt ihr auch drauf gehen. Und hier seht ihr zum Beispiel, was eben auf dieser Route hier gehandelt wird. Wird auch Geld hervorgehoben. Ist zum Beispiel der Brandy. Hier zum Beispiel wird Wein gehandelt. Ihr könnt natürlich auch weiter ran zoomen. Dann seht ihr noch mehr Handelsrouten. Hier Zinkbarren zum Beispiel. Oder hier zum Beispiel ebenfalls Zinkbarren. Das unterscheidet sich natürlich. Wenn ihr natürlich, wie vorhin schon erwähnt, die Baupläne eben anklamt. Dann seht ihr natürlich auch hervorgehoben, wo das Material ist. Und das ist eben auch super nützlich. Ihr müsst teilweise keine Außenposten oder nicht Außenposten, sondern andere Siedlungen, Lager überfallen, um an gewisse Ressourcen ranzukommen. Wie zum Beispiel eben hier oben. Man sieht zum Beispiel hier, das habe ich am Anfang benötigt. Zum Beispiel dieses Schellack ganz unten. Man müsste hier zum Beispiel, glaube ich, eventuell handeln. Will man mehr, muss man zum Beispiel jetzt hier eben diese Hauptsiedlung überfallen. Was wirklich schwer ist, wenn hier der Stufe auch höher ist. 9 zum Beispiel. Aber ihr seht zum Beispiel hier eine Handelsroute. Und hier wird zum Beispiel auch Schellack hin und her gehandelt. Und da könnt ihr kleine Schiffe überfallen. Und eben auch so früher an diese etwas höheren Materialien deutlich leichter rankommen. Nur als Tipp, so könnt ihr sehr früh starke Schiffe, starke Kanonen bauen. Das ist mega nützlich. Ansonsten gibt es natürlich sehr viele Aktivitäten auf der Karte. Außer den ganzen Außenposten hier zum Beispiel. Nicht Außenposten, halt Siedlungen, Holzfäller, Lager. Da kann man natürlich auch irgendwelche Sachen einkaufen. Man kann sie natürlich auch überfallen. Dauert ein bisschen länger, ist dann aber kostenlos. Der Loot, also alles, was ihr da auf der Karte angezeigt bekommt, bei diesen ganzen Lagern. Hier zum Beispiel, das könnt ihr einkaufen. Aber eben auch erbeuten, wenn ihr da eben das Ganze blündern möchtet. Und ansonsten gibt es noch so etwas Wichtiges. Die ganzen Quests werden euch natürlich angezeigt mit den verschiedenen Markern. Aber das war so die Übersicht. Nun wird es ein bisschen actionreicher. Und zwar möchte ich euch noch ein bisschen das Schiff erklären. Mit der X-Taste könnt ihr eben die Segel setzen. Wenn ihr unten rechts das Ganze grün seht, seid ihr in der Trimmgeschwindigkeit drinnen. Ist nochmal so eine Extrastufe. Dadurch braucht ihr aber Ausdauer von eurer Besatzung sozusagen. Oder eben durch die Segel, wie man es nennen möchte. Wird in der Mitte angezeigt. Und ihr könnt dann eben, zum Beispiel jetzt bei mir mit dem Steuerkreuz, auf der rechten Seite immer etwas essen. Ich bekomme hier 40% Ausdauer dazu. Und das kann ich lustigerweise immer auf Cooldown drücken. Richtig nice. Jedes Mal, wenn ich es eben dann drücke, dauert noch 7 Sekunden. Dann bekomme ich wieder ein gutes Stück Ausdauer. Kann die ganze Zeit mit der Trimmgeschwindigkeit segeln. Bin deutlich schneller unterwegs. Zack, wieder eins essen. Die Ausdauer wird aufgefüllt. Mega nice. Ansonsten kann ich natürlich das Ging auch wieder langsam machen. So kann man auch immer schön wenden. Gerade eben, wenn man schnell segelt und wenden möchte, gehe ich immer von der Geschwindigkeit runter. Dann kann ich eine engere Kurve ziehen, um eben zum Beispiel Torpedos oder anderen geschützten Waffen eben ausweichen zu können. Dann, sehr wichtig ist noch das Dreieck unten bei den Knoten, bei der Zahl. Ihr könnt nämlich gegen den Wind segeln. Wie bei mir zum Beispiel, wenn das Dreieck rot ist, dann bin ich deutlich langsamer unterwegs. Also ich sollte das Schiff immer so stellen, dass dieses Dreieck am besten grün ist. Manchmal geht es leider nicht anders. Dann ist es eben, ja, rot und man ist langsam unterwegs. Seht ihr hier zum Beispiel, wenn ich das Schiff ein bisschen schräg stelle, dann bin ich deutlich schneller mit 14 Knoten unterwegs. Sollte man beachten. Dann, was auch extrem nützlich ist, ist das Fernrohr. Benutze ich immer. Und zwar klicke ich da einfach nur den rechten Stick rein und kann dann eben hier die Linse aktivieren. Also es gibt zwei unterschiedliche, weil ich schon die Verbesserung hergestellt habe. Und dann kann ich die Schiffe scannen und sehe, was das Schiff eben dabei hat. Eventuell das Produkt, was ich sowieso benötige. Oder es lohnt sich einfach anzugreifen, weil viel Silber dabei ist oder ein anderes Material. Deswegen immer schauen, dass man eben die Schiffe scannt. Ansonsten auf der linken Seite ist das Reparatur-Kit. Kann ich nicht drücken, weil ich komplett repariert bin. Sehr wichtig ist auch das Schutzschild, die Deckung sozusagen. Wenn ihr seht, ihr werdet angeschossen, Torpedos kommen auf euch zu, dann könnt ihr immer die Deckung gedrückt halten. Ihr bekommt dann keinen Schaden ab. Die Barriere sozusagen und diese Deckung wird dann abgezogen. Je mehr Hits kommen, umso weiter geht sie runter. Und wenn sie leer ist, dann bekommt ihr dann eben Schaden abgezogen. Also das ist wirklich super nützlich, immer wieder verwenden. Aber ihr könnt auch nicht die Deckung die ganze Zeit gedrückt halten, denn die Ausdauer geht stetig runter, wenn ihr die Deckung aktiv habt. Denn eben deswegen nur kurz im richtigen Moment drücken. Ansonsten, ich hoffe, ich bin noch an der richtigen Stelle und zwar hier. Wenn ihr unterwegs seid, könnt ihr immer wieder verschiedene Ressourcen looten. Was auch gerade am Anfang richtig nützlich ist, sind die Schiffswracks. Wenn ihr dann eben, wie soll ich sagen, die Brechstange dabei habt. Am besten im grünen geht es deutlich schneller. Werden mehr Schlösser in der gleichen Zeit geknackt. Dann könnt ihr eben hier gratis Loot abstauben. Super easy, wie zum Beispiel das 400 Silber ist echt richtig nice. Wo ich wirklich am Anfang viel looten konnte, war hier unten in der Region. Kann ich euch empfehlen, da am Anfang mal vorbeizuschippern. Dann vielleicht hinten auch den Außenpost mitzunehmen, dass man später wieder hinreisen kann. Und hier habe ich echt viele Schiffe am Anfang looten können. Ihr braucht natürlich auch die Brechstange. Zuvor habe ich ein paar Hauptmissionen gespielt, dann hatte ich die Brechstange frei. Und konnte mich gut wirklich durchlooten. Es gibt hier einige Schiffswracks, die man sich eben gönnen kann. Und so an Materialien rankommt. Ganz ohne einen Schiffsfight. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Anfängerguide abholen. Sachen zeigen, die ihr noch nicht wusstet, dass ihr jetzt deutlich besser im Spiel unterwegs seid. Kein Fragezeichen mehr habt, sondern einfach wisst, was Sache ist. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wer auch noch was Nützliches kennt, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Und in den nächsten Tagen kommen die nächsten Videos raus. Wie zum Beispiel ein starkes Anfängerschiff, aber auch noch so andere nützliche Tipps. Wie man zum Beispiel auch schnell Geld farmen kann. Wer das nicht verpassen möchte, kann immer gerne mit einem Abo dabei bleiben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.